Dankeschön, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Hegemann, auch von meiner Seite an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diese spannenden Ausführungen über das, was in Ihrer langen Zeit in diesem Haus ja auch hier uns beschäftigt hat politisch, denn der Präsident hat ja gerade schon ein Stück weit ausgeführt, was für eine Zeitspanne das ist. Ich war noch gar nicht auf dieser Welt und wahrscheinlich auch noch nicht mal in Planung, als Sie das erste Mal in dieses Haus eingezogen sind und deswegen einfach auch tatsächlich großen Respekt einfach für das, was Sie in diesem Haus bewegt haben, was Sie geleistet haben, auch wenn ich mich in den letzten fünf Jahren, die wir zusammen im Innenausschuss und im Kultur- und Medienausschuss verbracht haben, an nicht viele Situationen erinnern kann, an denen wir einer Meinung waren. Dennoch herzlichen Dank, alles Gute und Gottes Segen. Von da zu maschinenlesbaren Daten zu kommen, ist allerdings in der Tat ein sehr weiter Schritt. Wir haben in der ersten Lesung über die Defizite dieses Gesetzentwurfs der Piratenfraktion gesprochen, das uns an vielen Stellen nicht so ganz nachvollziehbar war, warum es diesen Gesetzentwurf jetzt kurz vor Toresschluss eigentlich noch braucht, was er auch verbessern könnte. Diese Bedenken sind auch im Innenausschuss durch die antragstellende Fraktion nicht ausgeräumt worden. Insofern bleibt es da bei den bekannten Argumenten aus der ersten Lesung, dass wir diesen Gesetzentwurf so nicht brauchen. Ich möchte aber auch an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich herzlich bei dem Kollegen Herrmann und auch seiner Fraktion zu bedanken für viele Impulse in der parlamentarischen Arbeit. Sie haben es uns ja nicht immer leicht gemacht. Ich glaube, ich habe eben schon gesagt, ich erinnere mich an sehr, sehr viele Anträge von Ihnen, weil ich einen großen Teil der Anträge, die aus der Piratenfraktion kam, zumindest gefühlt bearbeiten durfte und auch immer dann zuständig war, wenn meiner Fraktion jemand anderes einfiel. Also als Netzpolitiker ist man ja doch relativ nah dran. Insofern vielen Dank für Ihre Impulse, für unsere Arbeit und auch Ihnen alles Gute. Viele von Ihnen haben sich hier ja, haben Ihre Reden hier ja in den letzten Tagen beendet mit auf Wiedersehen. Möglicherweise darüber entscheidet der Souverän in diesem Haus. Wenn nicht, dann mit Sicherheit an anderer Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte.